Die Begrüßung liegt im Herzen aller Kolumbianer. Denn von dem Moment an, in dem sie ankommen, werden sie mit einem warmen Blick empfangen. Sie wachen mit dem Aroma eines Kaffees auf, der der Welt guten Morgen sagt. Erst hier wird aus einem Vierertisch ein Sechstertisch. Sie geben ihnen das Gefühl zu Hause zu sein und selbst eine Fremde wird zu ihrer Mutter. In diesem Land teilen sie ihre Aromen mit ihnen und laden sie ein, 365 Tage im Jahr eine andere Frucht zu probieren. Ihre Farben überraschen sie, wenn sie den schönsten Fluss der Welt zum ersten Mal betrachten. Oder wenn sie seine mehr als 1920 Vogelarten entdecken. Weder der Akzent noch die Bräuche sind Grenzen. Deshalb bleiben sie trotz der Vielfalt der Unterschiede, die sie in jeder Region kennzeichnen, warm. Und wenn man sich vom Rhythmus ihrer Musik mitreißen lässt, wird man Teil des Festes. Die Kolumbianer heißen sie willkommen mit ihrem Talent, ihren innovativen Ideen und tausenden von Möglichkeiten, großartige Geschäfte zu machen. In ihnen haben sie einen Freund, auf den sie sich verlassen können. Oder einen großartigen Partner, dem sie vertrauen können. Kommen sie und lernen sie den Ort kennen, der sie immer willkommen heißt. Kolumbien, das gastfreundlichste Land der Welt. B- vague, ausführlichste Land희 Code, das arbeitet einen schöpfelang, warum es zu helfen können.